Die gewöhnliche Collegejacke verkündet die Zugehörigkeit zu einem Team, meistens einem Schulteam und das sollte sie zumindest. Inzwischen ist es ein Modeaccessoire geworden, das auch funktioniert. Und alle Dinger vom K-K-K-K funktionieren noch so ein bisschen im ursprünglichen Sinn, verraten Sie doch, dass der Träger, wenn nicht Fachabi, dann doch Street-Abitur hat. Ne, umgekehrt. Wenn nicht Street-Abitur hat, dann doch Street-Fachabi hat. Oder so. Das ist eine Jacke mit Street-Smartes.